Herzlich willkommen zu Let's Play Together OceanBlock 4.0. Mit dabei ist der CraftingPad. Hallo! Und sich ShowDriver. Ja, hallo Leute. Hallo! Herzlich willkommen erstmal meinerseits auch, also zu meinen ganzen Zuschauern. Es ist halt ein neues Projekt heute mit Sven Popo und ShowDriver, wie schon erwähnt. Und hier gibt es sogar, sagt, einige Challenges, so wie bei Skyblock. Also es ist eh eine Skyblock. Ich glaube, es ist sogar vom gleichen Macher. Ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher. Und zwar werden wir jetzt hier ein paar Challenges machen. Ich glaube, die ersten 20 oder so was werden wir machen, oder? Jo, ungefähr. Genau, aber erst mal ins Bett und dann ins Schlafen. Ja, wir müssen warten, bis es nacht. Und natürlich, wir nehmen alle auf. Also schaut auch mal bei den anderen vorbei und so. Genau, die Links zu den Kanälen sind selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ja, genau. Andere Ansichten machen und auch mehr Spaß. Dann sieht man ja, wie andere gerade... Ich glaube, wir haben sogar alle unterschiedliche Texture Packs, ne? Ja, ich zum Beispiel nehme mit Janina Craft auf. Ich swag Speedy Craft. Sanson's Handy. Genau, und ich nehme noch mit Shader auf. Also mit dem Shader Mod und... Ja. Ach ja, und was wir noch sagen sollten hier. Wir haben uns hier eine Kistchen gestellt mit einem Lava- und Wasser-Ding. Damit wir einfach einen Cobblestone-Generator machen können, weil... Sonst ist das ja doof, wenn wir ganz halt auf so einer Mini-Insel sind und wir wollen halt auch was bauen, ne? Genau. Also eigentlich ist das nicht vorgesehen. Nur so zur Info, falls ihr euch die Map downloadet, dazu ist der Link auch bei mir in der Videobeschreibung bei euch bestimmt auch, oder? Genau. Und dann wird hier wahrscheinlich kein Lava- und auch kein Wassereimer sein, weil wir uns halt hier eine Kiste gemacht haben mit den zwei Items. Mhm. Gut, ich würde sagen, ich lehne... Soll ich jetzt alles schon vorlesen, oder erst mal die ersten fünf? Ja, dann lehne ich die ersten fünf einfach. Erst mal die versuchen wir dann schon mal zu machen ein bisschen. Genau. Also erst mal sollen wir so eine Baum-Farm machen mit Oax-Saplings. Das ist diese Baum-Art hier, oder? Ne, oh, fail. Diese hier. Das ist alles gemischt machen, so. Ja, das sind drei Arten. Also wir müssen... Einmal müssen wir dann auch die Birken, also diese Art hier, so eine Farm machen. Dann halt noch mit dieser Sorte und dann halt noch mit dieser Sorte halt alle Bäume. Dann sollen wir uns eine Zuckerrohr-Farm bauen. Und das sind halt erst mal die ersten fünf Challenges. Genau. Gut. Weiß einer von euch, wie man einen Cobblestone-Generator baut? Ja, ich weiß wie. Ich habe das schon mal gemacht. Aber lasst erst mal die Bäume uns abbauen. Und wir bauen erst mal Saplinge. Ja, also ich... Weil wenn wir keine kriegen, müssen wir uns welche sheeten, weil sonst... Und so. Ja, also auch aufpassen, dass wir Saplings bekommen. Also wenn die runterfallen, ein bisschen drauf achten, sagen wir es mal so. Genau. So, erst mal die Bäume kaputt machen, damit ein paar Stück abfallen. Genau. Ich mache hier mal kurz, damit die hier drauf fallen und so. Eine kleine Insel. Okay. Ja, ich baue hier gerade die Dschungelbäume ab. Ich glaube, das sind die Dschungelbäume. Ich habe hier auch schon drei Kakaobohnen. Ja, ich habe gerade mal einen Sapling. Ah, hier ist ein Sapling noch. Gut. Ja, ich habe noch keinen Sapling, aber ich denke, das wird sich noch hier regeln. Ich tue einfach alle Saplinge in der Kiste. Ja, würde ich auch sagen. Und hier ist auch noch so ein Buch, aber das ist nicht so wichtig. Habe ich da reingesteckt, ja. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, unter dieser Insel befindet sich auch noch ein paar Materialien. Ja. Ich zeige das hier einfach mal kurz. Zeig das auch mal. Ähm, ja. Ich auch. Allerdings ist das sehr schwer, die Materialien in Wasser abzubauen. Deswegen müssen wir uns da noch was überlegen. Am besten so eine Kuppel oder sowas drum bauen. Mhm. Aber ich denke, da wird sich schon irgendwas finden. Ja, danke. So, das schaut, oder? Okay. Ja, ja. Ich mache einen Cobblestone Generator, ne? Oh, ich wollte den noch so helfen, deswegen. Ach ja, hier ist ja das Endportal-Ding. Ja. Ah, ich habe einen Sitzling. Ich habe einen Sitzling. Aber man kann keinen Cobblestone Generator, glaube ich, an Holz bauen, oder? Äh, ne. Aber generell, da stand auch in den Regeln, ich kann ja jetzt einfach mal so ehrlich sein, in den Regeln stand, dass man eigentlich keinen Cobblestone Generator machte, weil das kein Skyblock ist. Ja. Alles, was man mit Cobblestone machen will, soll man halt mit Holz machen. Aber ich finde, wir wollen ja auch was bauen. Und gebaut wird eher mit Cobblestone zumindest eine Plattform, finde ich. Ja, das ist sonst ein bisschen doof. Aber ich brauche... Ja, ich packe erstmal meinen Sitzling jetzt in die Kiste hier rein. Soll ich jetzt einfach eine, ähm, hier am Cobblestone Generator hier in Holz machen, aber dann brennt das ab, Ding der Lava. Ich mache das zuhörig. Wir können das ja so machen, wir cheaten uns jetzt einfach mal fünf Cobblestone, wieviel wir brauchen. Und wenn wir das dann haben, dann können wir es wieder abgeben. Also einmal wegschmeißen. Ich habe eine Idee, wir machen das jetzt einfach. Ähm, gib mir mal Holz, bitte. So, ich habe mal kurz eine Holzachse gemacht. Ich habe noch ein paar Stücke. Danke. Ich würde sagen, wir pflanzen auch erstmal die Sachen, die wir jetzt schon haben, wieder, oder? Ja, richtig. Okay, und jetzt erklären wir weiter. So, also ich mache jetzt einfach... Äh, dann müssen wir einfach kurz die Fackeln immer wieder abbauen. Äh, wegmachen. Ja. Ja. So, warte, ich mache mal kurz einen. Okay, ich bin hier gerade schon am pflanzen. Mach kurz den letzten Baum hier weg. Okay, das kann ich auch. Noch ein Sabling. Oh nein, die sind alle durch ins Wasser gefallen. Ich habe nur drei Sablinge, aber... So. Okay, aber falls ich wähle, dann müssen wir nochmal neu machen. Ähm, also müssen wir das Obsidian abbauen mit Dingens. Und Game-Modes, ja. Ähm, ich kenne aber, glaube ich, den Generator auswendig. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber warte mal, ich kann hier mal kurz gucken, wie du das so geplant hattest. Also den besten Generator habe ich. Genau. Ähm, wie ist das eigentlich mit den Monstern hier in der Lage? Können die hier jetzt auf die Insel drauf kommen, oder? Mobs, wir müssen so eine Plattform bauen, aber ich habe noch gar keinen Mob bisher gesehen. Ah, doch. Wo sind unsere Dorfbewohner hin? Doch. Der Mungo, der Mungo ist weg. Ach du Scheiße. Wo ist der Mungo? Wie? Der Mungo ist weg. Wo ist der hin? Scheiße. Ja, wir können die hier einfach überspringen, oder? Ja, okay. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Schalt, mach mal immer das Feuer aus, bitte. Wird schon dunkel, Leute. Sorry. Okay, jetzt muss einer gehen. Okay. Ja, so viel zum Thema. Ich kann Cobblestone Generator bauen. Moment, Leute. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Und... Wow. Alter. Soll ich einfach mal kurz nachgucken? Ich warte, ich weiß jetzt wie. Ich hab was falsch gemacht. Okay, dann mach mal gleich. Wenn ich was falsch gemacht habe, haben wir ja alle gemerkt. So. Jetzt, ähm... Jetzt muss jemand da... Ja. Habt ihr schon eine Fackel? Nein. Ich hab Angst vor Zombies. Ähm. Ähm, bei mir ist es ziemlich dunkel mit dem Shader gerade. Ähm, Leute, aber wie ist denn jetzt mit Essen? Wir brauchen erstmal einen Teller. Ähm, gib mal Lava, bitte. Moment, wo ist denn Lava? Da. Ach, ihr habt schon alles hier reingetan, so schön. Ja, wir brauchen jetzt einen Lava-Eimer, weil der wurde ja so zu Obsidian. Ja, mach dich mal gleich wieder, ähm, normalen Mod, also Survival. Ja, mach's wieder. So, Moment los, wenn die Lava... Jetzt schaffe ich's, jetzt schaffe ich's, jetzt schaffe ich's. Lava, so, Lava-Eimer ist hier und hier kriegst du's einmal. Okay, dann werfe ich einen Armer weg, so. Demo, null. Alles klar. So, jetzt müsste es auch klappen. So, und dann... Ich, ich seh's, komm. Und, und, und. Boah! Boah, der King. Jetzt brauchen wir schnell Kobbel, damit war... Weil das Holz brennt jetzt bestimmt die ganze Zeit ab. Ach ja, stimmt, genau, da müssen wir's am besten ersetzen. Ja. Warte, ich stell mich einfach hier neben und mach das die ganze Zeit aus, das Feuer, wenn irgendwas anfängt hier zu brennen. Jo. So, du fährst schon mit in der Runde hier. Oh, oh! Hä? Sonntag. Achso. So. So. Ich brauch hier einfach mal frühlich ab und so. Ich brauch am besten schon mal das ab, was man hier abbauen kann an Holz, oder? Jo, hast schon die ersten fünf Challenges abgelesen? Ja, hab ich schon, halt. Also, wir müssen halt, wir müssen halt die ganzen Farms... Ich hab noch einen Holzsaxx gefeucht gemacht. Wir müssen halt ne Zuckerrohrfarm machen, dann halt die Bäume... Er hat doch noch keine Holzsaxx, ne? Ich hab nur einen für mich. Egal, warten wir. Achso. Achso, ja, so geht's auch natürlich. Ich glaub, da... Achso, jetzt hab ich's im Inventar. Also, ich glaub, die Bäume oder die Setzdinge darf man nicht nebeneinander platzieren, oder? Weiß ich schon noch. Weiß ich auch nicht, sonst kommen nur Mistdinge raus. Ich glaub, ich lass erstmal, ähm, einen immer pflanzen, weißt du, so im Abstand. Und danach können wir ja irgendwann das nachpflanzen, würd ich sagen. So, ich muss mal ganz kurz... Ich pack einfach die Sitzdinge immer in die Kiste hier rein. Ich kann noch mal was zeigen, was hier im Buch steht. Also, für die Zuschauer, die zu mir steht eigentlich nix besonderes, oder? Nur ne Einleitung, die 22 Seiten lang ist und auf Englisch. Nein, das sind auch die Challenges. Ab Seite 9 beginnen die Challenges. Hey. Seid ihr gut informiert? Oh, genau das darf man euch nicht wahrnehmen. Bonus Gold. Hier sind auch noch Bonus Challenges, ne? Also, wir müssen uns noch ein Ding schieten. Okay, Leute. So viel zum Thema, ich kann wirklich eine Cobblestone... Hey, das war ich nicht, mein Bruder, der war kurz am PC. Achso, okay. Na. Mach mal wieder hier das... Du musst den kurz nochmal kaputt haben. Das passiert, wenn wir drei hier versuchen, ein Let's Play together was zu machen. So. Ah, nee, 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 warte. So, hier. Wir mobsen gar nicht hier. Ja, keine Ahnung, wieso die nicht spawnen. Keine Zombies. Ganz sicher, dass du welche gemacht hast? Das ist nur, weil wir hier in der Nähe sind. Ähm, aber Leute, wir haben Dings, ne? Nur Nahrung, was zu essen. Nee. Ja, ich hab gerade mal ne halbe Hungeranzeige wegbekommen. Ich hab zwei weg. Ja, fischen können wir. Ich hab noch gar nichts wegbekommen. Aber wir holen erstmal Spüren, wem für ne Angel. Ja, wir müssen uns halt ne Plattform am besten machen. Aber wenn wir hier in der Nähe sind, dann spawnen hier um uns herum keine Monster. Ja, deswegen, warte, ich mach grad hier und so, ne? Komm, ich helfe. Warte, ich mach mal ne zweite Cobble Stone. Ne, das wird zu gefährlich, ey. Ja, wir haben auch keine Lava. Ich stell mich einfach hier rum und guck zu. Wir können auf einem Lava-Becken vier Stück machen. Vier Generatoren. Ach ja, stimmt. Nach rechts und links, genau. Nach links, rechts, vorne und nach hinten. Wow, sorry. Tut mir leid. Ey, ich mach das jetzt einfach mal aus Prinzip. Ich schlag euch auch, weil ihr euch schlägt. Ey, Leute. Ey, ihr habt angefangen. Ich hab noch ein Herz, Leute. Selbstvertellung. Hör auf. Was ist, wenn ich jetzt ne Zuckung bekomme? Ja, dann fäng gleich mit. Ey. Okay, ich will keinen Stress. Wir haben hier Pilze, wir können uns ne Pilztruppe machen. Ich mach jetzt mal ne Platzform, mal gucken, ob das funktioniert mit dem Lava. Aber die Pilze brauchen wir bestimmt auch für etwas anderes. Ja, die Pilze brauchen wir auf jeden Fall. Ich baue die erstmal ab und packe die in die Kiste. Oh, löschen. Nein, nicht die Erde da abbauen von den Pilzen, ne? Hä? Nein, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Was war das denn? Was war das denn, Mann? Ey, wo sind meine Sachen? Hab ich nicht gesammelt. Warte mal. Ich hab, glaub ich, nur das Holz. Boah. Ja, super. Sven, ich glaub, du hast die Sachen. Meine Sachen. Leute. Der Sven, der hat die Sachen. Wo ist er? Ich seh euch nicht mehr. Der Sven hat aber die Sachen. Wo seid ihr denn, Leute? Also, ich befinde... Hä, du siehst mich nicht? Ich seh dich schon wieder nicht. Das ist schon wieder dieser... Oh, meine Mama ist grad reingekommen. Okay, kein Ding. Ähm, äh... Was zu machen könntest, wäre... Ja. We-Connect? Ja, aber dann ist jemand, die IP, da ist das Problem. Wie? Wie hast du die IP dann? Ach so, ne. Jetzt hörst du das kurz... Ja, aber und... Ich kann die sowieso auch verändern. Um die anderen zu sehen. Es waren keine Monster, ne? Ach, jetzt seh ich euch weiter. Das ist noch normal. Die müssen, glaub ich, in 15 Meter Abstand sein. Also, 15 Blöcke Abstand, sag ich mal so. Ja, ist... Hast du noch ein bisschen... Warte mal, ich mach mir... Ähm, gleich mal eine Steinspitzhacke, würde ich sagen. Ja. Ja, da sind aber jetzt auf jeden Fall mehr als 15 Blöcke, ja. Warte mal, eins, ich seh mal. Eins, zwei... Oh mein Gott, das sieht man so schlecht. Kann man schätzen. Eins, zwei, drei, vier... Wollen wir eine Fackel machen? Fünf... Oder brauchen wir noch nicht, ne? Nee, nee. Sechs... Sieben... Geh, da weg! Oh, zehn... Ich stehe vor, ich dachte, wenn du verbrannt bist. Okay, das sind definitiv mehr als 15 Blöcke. Aber die brauchen eine Plattform, glaub ich. Was für eine Plattform? Also, ja, keine Ahnung, die müssten eigentlich auch so schon spawnen, ne? So. Ja, stimmt, so eins hin, ne? Guck, ich... Ich weiß nicht, oder du hast einfach eingestellt... Nein, ich hab das an, ich hab das... Ich hab das noch... Ich hab das an. Auf welche Difficulty hast du es gestellt? Ich? Ja. Ähm... Auf... Das war das... Das ist halt immer im Server an. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaub, easy. Hä? Aber das ist 100 Pro an. Warten wir noch ein bisschen. Sollen wir nicht lieber auf Medium stellen? Warum? Boah, Sven, warum geht das so schnell? Ja, Spawn. Wieso geht das so schnell diesmal? Ja, sehe ich auch gerade. Zack. Zack. Ey, 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 hör auf, Mann. Sorry, war nicht extra. Was ist eigentlich unser Mongo? Ey. Oh, oh, hab ich vergessen. Hoh mal die Kohle, ich schnell schwirr runter. Ich schwirr runter. Ey, wenn ich jetzt... Ich hab, ich verliere dich voll viele Sachen. Leute, Leute. Warum denn? Nein, geht wieder hoch, kommt wieder hoch. Ah, nur noch so drei Erz. In drei Blasen, oh. In drei Blasen. Einatmen. Jetzt ist eine Kohle weg. Super. Das hört mich für eine Kohle auf. Wir können uns aber auch Steinkohle machen. Ah, da ist noch eine Kohle. Ach ja. Hä, Steinkohle? Ja. Wie? Einfach normales Holz und ein Wooden Plank, also verarbeitetes Holz in einen Ofen packen. Ach du Scheiße, du wachst da einen Blatt drauf. Kleiner Lappen. Ey, die Kobel sind die ganze Zeit schon verbrannt, ne, die wir abgebaut haben, Sven. Nein, ich bemerke. So. So. Endlich wieder ein bisschen Stoff hier. Ich stell mich einfach hier hin. So. Alter, ich mach jetzt mal eine Plattform, ne? Wow, sorry. Kein Ding. Ja, das sieht schon mehr stattmäßig aus. Aber ich glaub nicht, dass das nach Dings aussieht, also dass die Monster hinkommen. Sicher? Ja. Was glaubst du denn? Warten wir erstmal ein bisschen ab, warte, bau da weiter ab. Ich helfe dir jetzt ein bisschen. Ich hab auch noch sieben Pflastersteine. Ich hab nichts mehr. Ich bau jetzt Wett ab. Oh, wir sollten vielleicht nicht rennen, damit wir kein Essen verlieren. Ah ja, stimmt, genau. Egal, dann kill ich einfach ein mit Wasser. Ach ja, ne? Das war die gute Idee. Ja, normal. Deswegen auch keine... Also ich glaub in den Strick entstand nicht, dass man sich nicht killen darf. Warte mal, ich mach jetzt mal wieder das Bomb Mapping Texture Pack rein. Ich wechsle hier immer. Weil die Nacht ist immer ziemlich dunkel. Sorry. Ey, hört auf, Mann. Hört auf. Ey, Sven. Hör auf jetzt, ich mein's ernst. Ey, du bist so ein Mongo. Die Sache ist alle weg jetzt. Ich hab sie. Ich hab also, ich hab deine Stickies. Ey, wenn du jetzt nochmal machst, wenn du das jetzt nochmal machst, glaub mir, dann wirst alle sagen, ey, ich kann dir die wiedergeben. Du soll Teamwork machen uns hier gegen deiner Feige, du Lerongo? Ey, au, au, ich glit dem Stein fest. Scheiße. Komm hier. Boah, ich bin schon im Stein fest. Ey, super, jetzt zieh ich den Pad nicht mehr wieder. Ich bin hinter dir. Du kannst wieder reconnecten. Das ist, wenn ich sterfe, Leute. Das ist voll der Texture Pack-Bug. Jetzt müssen wir doch mal eine Reconnect machen. Dank euch, Mongos. Ey, tut mir leid, ja. Ey, da war nicht extra, Mann. So, Leute, wir haben nicht extra Verbindung trennen, mehr Spieler und jetzt gehen wir mal wieder auf den Channel. Und wo sind unsere Dorfgewöhn hier hin? Ja, unsere Mongos. Die sind gestorben, die sind ertrunken. Ja, dann müssen wir eine neue machen. Jetzt hat der Forcraft kein, ach doch jetzt. Danke. Du würdest jetzt mal aufpassen, ähm, Forcraft, wo du die ganze Zeit reinläufst. Äh, 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 Hast du noch Cobblestone, Forcraft? Ah, ne, du hast ja gar nichts mehr. Nicht mehr, ne? Warum nicht? Ja, warum? Gib mal Cobblestone bitte. Ey, das brauch ich nicht heute. In diesem Mungo hier. Ah, ich bin gar nicht tot. Wolltest du genau diesen Mungo? Alter, ich hab so viele Sachen dabei, ich würd mich nicht töten, ne? Ich hab alles Wichtige dabei. Keine Sorge, ich bin ein guter Schwimmer hier. Komm, töt... Ich bin ein guter Schwimmer. Okay. Komm, töte mich doch. Meinst du, hast du diesen Mungo hier? Nein, lass dich in Ruhe! Dann sind alle Eimer weg, ne? Okay, okay. Okay, Scherz, Scherz, Scherz. Chill, ey, ich hab meine... Hat einer noch eine Steine-Axt? Ja, hier. Oder eine Steine-Spitzscher, ja. Spitzscher, ja. Spitzscher habe ich nicht. Ich hab gar keine Spitzsacke. Ich hab gar keine Spitzsacke. Ja, alles nur wegen mir hier, Sven. Ach, du bist alles schuld, Mann. Ja, schlägt mich. Ich will nur helfen, schnell, die angefangen zu bauen, doppelt so schnell. Okay, gut. Leute, wie ihr bemerkt, sind die ersten Folgen jetzt zwar nicht so spannend mit dem Abbauen, aber das wird sich auf jeden Fall regeln. Ja, okay. Ich mein, wenn wir ein paar mehr Materialien haben, dann wird das schon etwas spannender gestaltet. Ja, ich mach uns jetzt erstmal nochmal mehr Koppel holen. Ja. Ich schau dir einfach mal zu. Ich brauch bisschen Cobblestone. Jetzt schlägt der Typ mich nochmal. Ey, ich schwör, ich springe mich bei uns. Ach, der Baum, der Baum. Das ist der andere, das ist der andere Mann. Ja, ist klar. Das ist der komische Typ, der da auch noch dabei ist. Ey, ich baue noch Cobblestone. Ey, warum ist hier gewachsen hier, Leute? Ja, ich baue hier gerade ein bisschen ab. Ich auch. Ich helfe sie mal. Es ging aber schnell. So, ich mach uns jetzt noch einen Generator, ne? Ja, okay. Ist am besten. Machen wir mal bitte noch einen Spitzhackel. Steinsspitzhackel. Mach du dir doch einen, du Arsch. Ja, du sollst alle Cobblestone. So hören sich echte Freunde an. Mochte wir einen, du Arsch. Ey, der hat angefangen, ey. Ey, das ging gar nicht richtig oben. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Ja, wir müssen am besten jetzt gleich mal das Holz hier alles mit Cobblestone ersetzen. So richtig. So. Das ist Holz. Aber, aber Erde braucht man ohne, Leute. Von daher. Oh, warte, wie habe ich das denn da gemacht? Zack, ein Litter-Stage-Learner. Muss der Block da weg, dann muss ich aber da so eine Hände, damit ich das machen kann. Gib mir mal bitte zwei Cobblestone. Ja, ich habe keine mehr. Komm mal ab da jetzt. Ich das wunderbar. So. Bei mir kann man jetzt sehen, wie das aussieht, wenn ich gerade Bump-Mapping drin habe. Der spiegelt sich gerade so schön. Wer ist der Babo? Wer ist der Babo? Ich zeig das nochmal hier von der Seite. Ey. Aua. Ey, das bin ich nicht. Alles klar. Ja. Aber, nein, ja. Marfocraft. Töte mich mal bitte. Ich bin hier drin, Leute. Lass mich einmal, einmal nur. Ah, ja. Ey, nein, deine Sachen. Scheiße, die sind... Leute, die sind Sachen. Wo seid ihr denn? Ich bin gerade hier unten. Was hast du dich getötet, du Idiot? Du hast gesagt, ich soll nicht. Wo sind die Sachen? Seh sie nicht. Ich hab die Sachen. Tepeet mich, tepeet mich, sonst erträg ich wieder. Okay, Mann. Oh. Nein. Nein, Mann. Nein, nein. 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 Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht. Tippy hier. Zwei, Eins.